Meine Damen und Herren, R-O-Z-Rotz 98, statt Blut in den Adern dieser Höllenkreaturen. Ein Fung reicht und es geht hochexplosiv alles in Flammen auf. Die Ofenberger Höllenkreaturen, meine Damen und Herren, einmal im Jahr trauen sie sich hinter dem Ofen hervor. Und wenn man sieht, wie die Herrschaften ausschauen, dann kann man das auch verstehen. Da braucht es schon viel Mut, was man sich hier öffentlich zeigt. Die sind nämlich nicht verkleidet, die sehen immer so aus. Meine Creatures of Hell